Bist du ne Praline oder hast du Bock auf ne Füllung? So ticken Frauen, Jungs. So ticken Frauen. Die lügen euch einfach an. Was geht ab, liebe Freunde? Digga, das Format ist zähmal geiler, wenn da eine Frau mitmacht als ein Mann. Willkommen zu diesem Video. Heute wird wieder get-blind-dated. Wir haben sechs stabile Typen hinterm Vorhang. Ich muss sagen, wirklich heute alle geisteskrank fresh. Ich freue mich sehr auf diese Folge. Und wisst ihr, ich sage, er findet nicht alle geisteskrank fresh. Aber er kann ja auch nicht sagen, hinter dem Vorhang sind drei richtig geile Typen und zwei sind hässlich. Checkt ihr, was ich meine. Checkt ihr, was ich meine. Das kann er ja auch nicht bringen. So, heute drei Kandidaten, die ich persönlich echt hässlich finde. Aber auch drei, die richtig fresh sind. Eine bezaubernde Kandidatin, die ich euch jetzt einmal vorstelle. Darf ich vorstellen? Das ist Lea. Sado und Lea sind alte Freunde und stehen heute endlich mal gemeinsam vor der Kamera. Vielleicht kennt ihr Lea ja von Instagram und TikTok. Hier ist sie schon lange aktiv und postet regelmäßig Content aus ihrem alltäglichen Leben. Da ihre Familie mehrere Eisdielen besitzt, dreht sich ihr Kon... Mehrere Eisdielen? Aha, kleine Versicherung. ...sind viel um das Thema Eis mit immer wieder neuen verrückten Geschmackskreationen. Leider ist ihr Liebesleben aktuell genauso eiskalt. Die letzte Beziehung ist schon einige Zeit her, doch vielleicht findet sie ja heute hinter dem Vorhang ihrer großen Liebe. Was geht ab? Chat, wer birdie? Was? Warum schreiben wieder so viele im Chat? Ohne zu zögern. Dicke, ich finde zum ersten Mal, ich finde das ist ein richtig cleanes Outfit. Die Bräune fehlt zwar. Die Schlappen, ähm, für mich auch nicht vertretbar, weil sie in so einem Kaki-Ton sind, aber sonst sieht es cool aus. Oh, nicht gesehen. Ja, wie geht's dir? Gut, und dir? Du bist selten in Köln unterwegs, ne? Ja, momentan schon. Du hattest mal eine Phase, du warst jeden Tag hier. Ja, jeden Tag. Echt, ich hab dich jeden Tag gesehen. Schön, dass du da bist, bist du Single? Ja. Ja, ist wichtig. Soguterweise. Muss man herausfinden. Wie lange bist du Single? Jetzt schon länger. Wie lange? Vier Monate ungefähr. Viel interessanter ist, wann war ihr letztes Mal, wenn du Single bist? Das wäre auch eine geile Frage so. Wann hast du zuletzt gefögelt? Aber das ist ja nicht sein Job. Und wie lange ist sie jetzt Single? Ja. Das ist doch nicht lang. Schön, dass du da bist, bist du Single? Ja. Ja, ist wichtig. Soguterweise. Muss man herausfinden. Wie lange bist du Single? Jetzt schon länger. Wie lange? Vier Monate ungefähr. Das ist doch nicht lang. Ja, aber... Vier Monate Single? Sieben? Bruder, was sind denn alle sieben Monate lange? Schon länger. Ich wollte nicht so... Ja, ist okay. Also bist du, würdest du sagen, du bist bereit, wenn der richtige Tam vornsteht? Ja, definitiv. Weil ich hab wirklich... Boah, das könnte ich zum Beispiel nicht, ne? Ich hatte da... Ich hab da... Ich mach mir da auch Gedanken kann. Ich könnte... Ich weiß, Leute denken jetzt so, das kommt von dem Spaß, der Spaß, die da hier sitzt. Aber ich könnte gar nicht... Ich hätte gar keinen Bock, den Zeit und den Aufwand, jedes Mal neue Menschen kennenzulernen. So, du musst doch... Du musst dich doch nach so einer Beziehung oder nach so einem Schluss machen, musst du doch auch dich erstmal mit dir selber beschäftigen, glücklich werden, guck, was sie gut tut. Aber so nach sieben Monaten schon zu sagen, ja, ich fühl mich bereit, gib mir so ein bisschen diese Vibes, das ist so eine Person, die nicht alleine sein kann. Checkt ihr? Und das gibt mir auch diesen Vibe, diese Beziehung, diese nächste Beziehung, die sie eingeht, ist einfach nur so ein Lückenfüller. Aber kein Disrespect. Wirklich, also es sind sechs Granaten. Okay. Kein Spaß, ne? Okay. Wenn du... Are you the one? Ne, welches Format war das? Love Island. Wenn du Love Island guckst und da kommt eine Granate rein, so sehen die alle aus. Da bin ich gespannt. Und die sind sogar dein Type, glaube ich. Ja, egal, ich freu mich. Ich sag, die steht zu 99% nicht auf Schoki, Digga. Wir gucken uns die Schuhe gleich sofort an. Darf sich einmal umdrehen. Runde eins. Und wir sehen Schuhe. Okay. Magst du Schuhe? Legst du Wert auf Schuhe? Saubere Schuhe, ja. Ist okay. Nur sauber. Echt jetzt? Ja. Wie findest du meine? Auch cool. Hat was für zu Hause? Ich bin zu Hause. Das ist ja mein Zuhause hier, Leute. Ich fühl mich hier inzwischen so wohl. Ja, was hast du denn hier? Was hat man hier? Basic. Du hast diese Rich... Sag mir, dass du reich bist. Sag mir, dass deine Eltern Geld haben, ohne dass du es mir sagst. Alexander McQueen. Dazu noch so eine Montclair-Jacke, die Fell hat. Und der Rest lässt sich von alleine erklären. Bei mir gestern auch fünfjährige Beziehung im Bruch gegangen. Die nächsten Jahre kannst du erstmal maximal knicken, wenn du überhaupt nochmal was willst. Ja, so Bruder. Also erstmal gesprochen wie ein Löwe, weil maximal knicken gebe ich dir zu 100%. Ich sag dir, jetzt was wichtig ist, du hast fünf Jahre damit verbracht, deine Sorgen, deine Gefühle und deine Zeit mit einem anderen Menschen zu teilen. Du hast Probleme geteilt und auch Probleme auf dich genommen, die dich am Ende nicht mal betreffen. Jetzt guck erstmal, mein Bruder, dass die wichtigste Person in deinem Leben dein eigenes Spiegelbild ist. Dein eigenes Wohlbefinden muss an erster Stelle stehen. Das heißt, mach Sport, kümmere dich um deine Familie, mach Sachen, die du davor nicht machen konntest, weil du Rücksicht auf jemanden nehmen musstest. Mach einfach das Ding, mach einfach, auf was du Bock hast. Du musst auf niemanden Rücksicht nehmen, sondern am Ende musst du einfach nur gucken, dass du mit einem Lächeln einschlägst. Hol dir ein neues Update, Bruder. Mach ein Microsoft-Update bei dir. Weniger anzeigen meinem Bruder, danke für elf Monate. Tidenschuhe an, ne? Die sind auch schon richtig alt. Echt jetzt? Ja, ich hätt sie geputzt. Deswegen sehen sie aus wie neu. Hätt ich aber auch gemacht, wenn ich so gewesen wäre. Lass dir mal ein paar Kommentare loslassen. Welchen findest du schön? Hat sie deine Rodee am Arm? Ja. Ich leg halt nicht so viel Wert auf Schuhe. Findest du alle fresh? Das Problem ist, man braucht ja die Hose dazu, um weiter wählen zu können. Finde ich. Also es muss ja irgendwie matchen. Ja, wenn du so ein bisschen in die Knie gehst, siehst du die Hosen auch. Aber halt nicht komplett, ne? Aber es sind alles so... Es sind halt so... Baggy, so wie ich anhabe. So ein bisschen Stack, so auf den. Hätte ich mir auch mal eine Baggy-Hose angezogen. Mit den Skinny-Jeans. Du hast diese 2016-Hosen an, das ist auch stark. Ich schwöre, wieder kein Disrespect, aber ihr Outfit gibt mir wirklich 2018-Vibes. So eine hellverwaschende, enge Hose mit so einem Top, was dann so drin steckt. Am Arm hat sie noch irgendwie so ein paar Cartier-Dinger. Dann eine Rowley, Alexander McQueen. So, wenn das T-Shirt noch von Hollister wäre, dann hätte mich jetzt irgendeiner auch noch als Bastard betiteln können. Wenn du nicht so viel zu den Schuhen sagen willst, dann lernen wir die Leute einfach kennen, weil du hast Fragen mitgebracht. Ja, genau. Schieß mal raus. Äh, als allererstes... Ja, am Ende geht fit, um Gottes Willen. Wie ihr heißt, wie alt ihr seid und welchen Beruf ihr ausübt. Hm, das ist doch cool. Also, Name, Alter, Beruf. Einer schreibt, egal Bro, die kann alles tragen und die wird mich ignorieren. Und wie viele Liegestützen schafft ihr? Packen wir noch dazu. Nummer 1. Ich bin Nick Simons, ich bin 21 Jahre alt. Boah, der gibt sogar Nachname, Bro. Ich will, Dings, wie heißt deine Schwester, deine Mutter, Vater? Ja, Name ist Name, ne? Okay, Nick, du bist 21? Richtig. Aha. Und, ähm, ja, ich mach grad eine Ausbildung, ich bin im dritten Lehrjahr, kauf mal im Einzelhandel und nebenbei mach ich ein bisschen Social Media. Ja, ein bisschen Instagram, TikTok. Okay, geil. Nummer 2. Ich bin 23 Jahre alt, mein Name ist Calvin, mach auch ein bisschen Insta, TikTok. Kann sein, dass Calvin schwarz ist, aber ich bin mir nicht sicher, aber die Stimme hört sich sehr weiß an. Nebenbei hab ich auch eine Ausbildung beendet und bin jetzt selbstständig. Du grinst, äh, weißt du, wer es ist? Nee. Okay. Nummer 3. Ja, mein Name ist Daniel, ich bin im Influencer-Marketing tätig. Ja, ich würd gern erst mal wissen, wie alt sie ist. 22? 22, okay, ich bin 25. Okay. Junge, was geht denn bei dir ab? Einer denkt, also, es ist vorm Vorhang. Ich würd erst mal wissen, wie alt sie ist. Er denkt ja, diese dominante Schiene. Halt die Fresse. Das Ding funktioniert so. Frage, Antwort. Nummer 4. Hi, ich bin Serhat. Ich bin 24. Hab schon eine Ausbildung gemacht. Hab dann mein Abi nachgeholt. Und jetzt kann ich... Du hörst dich auch weiß an? Ja, Bruder. Dann hör ich mich weiß an. Und weißt du was? Dieser schwarze Arsch ist genauso weiß wie der von Angelika Merkel. Weil ich auf diesen gleichen Boden geboren bin wie ihr weißer Arsch. Also ist mein Arsch auch weiß. Ja. Das Dinga. Angelika. Angela. Hab ich Angelika gesagt? Wie heißt die? Doch, die heißt doch Angelika Merkel, oder? Angela. Achso, und ich hab Angelika gesagt, ne? Ja, Bruder. Hab ich Angelika gesagt? Egal. Noch eine Ausbildung haben? Bei der Deutschen Bahn als Suchchef. Stark. Und wie alt bist du? 24. Okay, Nummer 5. Ja, mein Name ist Philipp. Ich bin 23 Jahre alt. Und mach momentan auch noch eine Ausbildung zum Kaufmann für Marketing, Kommunikation. Boah, wir haben hier nur Influencer oder Leute, die Influencer managen. Na, ist auch krank. Okay, Nummer 6. Hi, mein Name ist Kevin. Bin 26 Jahre alt. Arbeite typisch so Büroarbeit. Und mach nebenbei noch Musik. Stark. Was für Musik machst du? Deutschrap und schreib eigene Texte. Also für mich so und für auch andere Künstler. Sag mal, rap mal deinen letzten Text oder einer, der dir im Kopf ist. Okay, dann. Dann sing ich dir einfach mal ganz kurz so einen Einblick von der letzten Hook, die ich geschrieben hatte beim letzten Song. Okay. Du schließt deine Augen und siehst Licht. Okay. Ich bin alleine auf der Suche. Ja, such. Such weiter. Bruder, da reicht mir eine Minute und ich weiß ganz genau, dass du dein Leben lang suchen wirst. Bruder, such. Bruder, such. Geh. Nimm dir einen Kompass mit, aber du suchst auf jeden Fall länger. Geh. Nach einer Liebe. Bruder, warte. Ich bin alleine auf der Suche nach einer Liebe, die ich hasse und verfluche. Sieh mein Herz, wie es blutet, bin schon wieder zwischen Bösem und dem Guten und befinde mich alleine auf der Suche nach einer Liebe, die ich hasse und verfluche. Sieh mein Herz, wie es blutet. Okay, okay, okay. Ich check. Geil, Digger. Auf jeden Fall den, also der Künstler, für den der das geschrieben hat, den hat er gefickt. Der hat den gefickt. Autotune ist auch mit am Start an? Ein bisschen. Okay, okay. Ja, wichtig. Ja, Mann. Ja, das sind die Leute, die wir hier da haben. Voll cool. Also ich hätte mich nicht getraut zu singen. Wow, voll krass. Ja, habe ich auch. Ich sag auch. Ich traue mich zu singen, aber ich weiß ganz genau, wie es sich anhört. Wenn ich singen könnte, oh mein Gott, ich würde die ganze Zeit immer so ein bisschen summen und so auf diese Hoffnung, dass vielleicht irgendwo neben mir in der U-Bahn oder an der Ampel ein Producer steht. Ich würde die ganze Zeit diesen Song singen. Ich schwöre es euch, ihr lacht jetzt auch, aber guckt mal. Boah, ich habe heute nicht meinen Tag. Kann ich singen noch lernen, wenn ich einen, einen, äh, wie sagt man, Musiklehrer hätte? Oder sagt man so, es ist zu spät. Nein, danke, Bro. Bruder, das war nicht irgendwie so gestellt, als ob ich eine Bestellung aufnehme oder dich fragt, willst du noch einen Döner und du antwortest mir, nein, danke. Du brauchst Talent. Konzentrier dich lieber auf deine anderen Talente, Bruder. Du hast recht, schön gesagt. Drops ist gelutscht. Ja, okay. Lernen kann jeder, aber gib, aber gib auf. Wenn du das weißt oder das nicht. Ja, okay, Chat, reicht. Ich habe es bei einem Nein, habe ich es verstanden. So, was ihr jetzt gerade macht, das geht schon wieder zu tief in die Materie. Reicht, ja, reicht. Also dick Respekt, Bruder. Danke. Und der Text war auch süß. Und diese, du bist auf Suche. Nach was suchst du, Bro? Ja, nach einer Liebe am besten, ne? Ah, bist bereit, dich zu verlieben, ne? Ja. Du bist ja hier genau richtig, was ein Zufall. Ey, alterstechnisch auch alle so, dass du damit umgehen kannst, oder? Ja, definitiv. Da war jetzt kein 17-Jähriger dabei. Wie alt ist die? Wäre auch kontraproduktiv. Ja, jetzt hast du die Jungs kennengelernt. Ich würde sagen, hau noch eine zweite Frage in, die so irgendwas über... Also die zweite Frage wäre, wenn ihr, egal welches Eis ihr machen könntet, welches Eis wäre es, also welche Sorte würdet ihr machen? Da kann man schön kreativ sein. Sorte. Ah, ich wollte was Doofes sagen. Oh, ich sag's doch nicht. Äh, Sorte. Gute Frage. Ich glaube, ich hätte, ich glaube, ich hätte Bock auf ein Sucuk-Eis, aber das würde nicht schmecken. Ich glaube, ich würde mit Vanille-Schoki geben. So eine Vanille-Schoko-Kombination. Hier die Antwort, ob du Sänger werden kannst. So ein Action. Ach, halt die Fresse. One Million. Nein. Okay, ja, seid kreativ. Ein Geschmack erfinden könntet, den ihr, ja, den ihr danach auch probieren dürftet. Nummer 5. Ähm, ja, ich würde es mit der Sorte Red Bull probieren. Gibt es schon, oder? Echt? Also ich persönlich habe es jetzt so noch nie gesehen. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall gut schmecken wird. Guter. Nummer 4. Gar nicht. Jetzt Real Talk. Wenn ich normales Red Bull trinke, gibt es für mich nicht den Geschmack von Red Bull, sondern einen anderen Geschmack. Jeder, der 18 ist und schon mal in diesem Nachtrestaurant unterwegs war, weiß ganz genau, was ich schmecke, wenn ich ein normales Red Bull trinke. Also ich glaube, das klingt jetzt sehr, sehr komisch, aber Geschmack von Benzin. Okay. Ja? Sollen wir das einfach unkommentiert lassen, oder? Oder willst du noch was dazu sagen? Also, die Frage ist wirklich so kompliziert und ich habe, da findet nämlich gar nichts ein. Okay. Ja, und dann kommt der auf Benzin. Nummer 3. Also ich sage mal so, freshe Jungs, aber tote Antworten. Ich bleibe ganz classic. Ich nehme ein bisschen schön Walnuss und Kokosnuss gemischt. Riecht gut und schmeckt auch gut. Okay, Walnuss, Kokosnuss, okay, Nummer 2. Ich würde tatsächlich sagen, wenn es ganz basic wäre, 100% Strazatella. Aber weil wir jetzt ein bisschen so ausgewogen, also ausgefallener sind, würde ich sagen, diese Weingummis, diese Cola-Flaschen, diese braunen, roten, sind unfassbar. Also, das Eis wäre schon crazy. Ich check, Nummer 1. Ich würde sagen, Fanta Exotic. Ich weiß nicht, ob es sowas schon gibt. Oh, das darf. Fanta Exotic ist ein cooler Call. Eine Fanta Exotic und ich denke, man könnte da auch gutes Eis draus machen. Geil, okay, Nummer 6. Ja, also ich finde die Frage... Boah, ich habe einen richtig schmierigen, gottlosen Spruch. Sag es sofort. Ich würde, glaube ich, sagen, so, ja, meine Eissoft wäre, glaube ich, Pussy, weil, äh, essen tue ich die ja so oder so. Ja, lass den eh. Yeah. Nee, scheiße, ne? Punani. Mit Begründung sogar. Yes, mit Begründung sogar. The most normal lights get an word. Fact. Fact. Schmeckt doch nicht. Ja, Bruder, wenn du irgendwo da in Hamburg essen gehst, schmeckt das natürlich nicht, Junge. Ich impliziere, mir fällt da auch nur die Standardsachen ein. Was ist dein Lieblingsgericht? Pizza. Dann sag, du würdest ein Pizza-Eis machen. Ja, also, ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt schmeckt, aber man könnte es ja natürlich mal probieren. Mir ist was eingefallen. Ja. Maultaschen. Ich liebe Maultaschen über alles. Ein Eis, was nach Maultaschen schmeckt, zum Mittagessen. Ist bestimmt ein bisschen cringe, aber irgendwie auch geil. Also, ich finde es... Ich habe jetzt auf jeden Fall neue Ideen. Was war das? Also, ich weiß, warum du die Frage gestellt hast. Ja. Du hast ja eine Eisdiele mäßig oder mehrere. Keine Ahnung. Ihr seid auf jeden Fall furchtbar reich. Geht doch. Hört, Schatz, wenn wir auch mal alle lachen. Haha, nein. Doch. Du bist reich. Lüb nicht. Wieder so Eissorten selber, ne? Ja, genau. Was war das Verrückteste, was du gemacht hast? Also, wenn man lebt, ich mache gerne Alkohol-Eis. Warum? Kann ich doch noch abends essen. Würde man doch von dich nehmen. Durchaus schon, doch. Echt jetzt? Ja, deswegen, ich finde das cool. Das stelle ich mir auch krass vor, man geht nicht so vortrinken mit den Jungs, man isst einfach einen Kübel, Kübel, Wodka, Bull-Eis. Ja. Das ist krank. Okay, ja, welche Antwort fandest du, also, welche Antwort hat dir nicht so gepasst? Ja, also, ich... Dann können wir direkt einen rausschießen, weißt du? Die vier würde ich dann raus. Tun es tut mir leid. Oh Mann, ey, er hat sich echt noch versucht zu retten, aber diese Benzin, Bro, ich weiß nicht, was du da mit dir gedacht hast, ja. Was geht ab? Hallo. Servus, dass du wieder da bist. Servus. Servus. Servus, vier, drei, neun, Bruder. Also, auf jeden Fall einer seiner Kollegen ist Rapper. Ja, alles super, bei dir? Ach, 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 alles cool. Alles gut. Nein, nein, alles entspannt. Ich habe die Frage voll komplett falsch verstanden, deswegen, ich habe gedacht, eine Sorte, die es noch gar nicht gibt, deswegen habe ich jetzt einfach gesagt Benzin. Die Frage war auch am Ende. Er hat die Frage falsch verstanden und gerade nochmal richtig beantwortet. Die, des Tages die? Ja. Aber, ja, du brauchst Benzin. Deswegen habe ich versucht zu retten, dass Hasel und Pistazia war. Ich check das. Benzingeruch, fühlig, ich weiß, was du meinst. Ja, genau, deswegen Geruch, Geschmack, wer weiß. Ja, ja. Egal, oder danke dir fürs Dabeisein. Alles klar. Äh, dann. Runde zwei. Nächste Frage. Nächste Frage. Ah, nee, du darfst nicht mehr sehen, ne? Nee, du darfst nicht mehr sehen, leider. Den ganzen Tag. Nein, also nicht zum Schluss, aber die Runde hier suchen wir jetzt nochmal einen raus, der anhand der Schuhe rausfliegt, beziehungsweise anhand der Fragen, die du jetzt noch stellst. Okay. Kannst du ein Dialekt nachmachen? Nein, die Frage wurde falsch gestellt. Macht einfach ein Dialekt nach. Lasst euch was einfallen, liebe Freunde. Weil wenn du denen die Option gibst, weißt du, dann sagen die alle. Okay, hast recht. Nee, kann ich nicht. Okay, ja. Also egal, ob ihr jetzt Spongebob nachmacht, Thaddeus oder Schwäbisch oder Römisches Reich, lasst euch was einfallen. Ich bin gespannt auf eure Dialekte. Nummer drei, fangen wir bei dir an. Will jetzt hier nicht racist sein oder so? Ich versuch mal, also... Ein Schwarzer, ne? Wie redet ein Schwarzer? Achtung! Das Ding ist, ich komm aus Kasachstan und sprech ursprünglich Russisch. Dementsprechend, glaube ich, krieg ich das schon irgendwie gebacken. Diese Deutsch-Russisch meinst du? Deutsch-Russisch, ja. Mach mal. Hallo, ich bin Daniel. Also ich komme aus Deutschland und ich esse gerne Brötchen, Butterbrot. So, das ist so ein bisschen, glaube ich, deutsch-russischer Akzent. Ich check. Zwar kein Dialekt, aber Akzent. Ich check. Äh, aber Nummer zwei, du darfst gerne hinter... Nee, nur schwarz ist rassistisch, Willi. Nee, sorry, falls du dich jetzt irgendwie angegriffen gefühlt hast. Tut mir leid. Okay, Alter. Hallo, Willi. Den Bro sehen wir morgen auf jeden Fall auf der Straße kleben, Digga. Wenn du zu viel Benzin ausstoß. Daher schießen. Ich bin ein Leipziger-Jung. Ich, äh... Ich esse gerne, boah, schwer. Ich kann eigentlich immer nur... Ich bin Leipziger. Nee, ich bin nicht Leipziger. Ich komme aus Leipzig. Das ist ein neuer Bitterfeld. Im Bitterfeld im Osten. Ich komme aus Leipzig. Ich bin ein Össi. Nee, ein Össi bist du nicht. Ja, so. Okay, okay. Nummer eins. Ich möchte jetzt auch nicht rassistisch oder so sein, aber... Bruder, was machst du? Bruder, Bruder. Bro, bro. Nein. Nein, 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 nein. Also, nein. Zeig mir den Schwarzen oder ich lasse es... Der sagt, Bruder, ey, Bruder, zeig mir, zeig mir. Ich sag, äh, Bruder. Klar, Bruder. Hat der Bruder auch noch eine Banane in der Hand? Hat keine Schuhe an? Und sitzt auf dem Baum, der Bruder? Der macht so auf Onkel D. Onkel D. Ist was anderes. Ist auch nicht rassistisch oder so? Bro, das ist indisch. Das ist indisch? Nein, aber, äh... Bruder, was machst du? Bruder, Bruder. Kommst du hier, Bruder? Bruder. Fussballtrainer oder, oder Väter an Spielfeldrennern. Meistens in die Richtung. Nummer 5. Na, ich rede mal sechzig. Ich komme zwar nicht daher, aber ich habe mir selbst vorgebracht. Und ja, deswegen kann ich... Das ist gut. Kann ich das ein bisschen nachmachen. Das ist geil. Nummer 6. Ja, also ich komme ja eigentlich aus Juppler, aus Luxemburg. Und, ähm, weil viele Deutsche die Sprache gar nicht kennen, die eigene Sprache. Und aber immer sagen, dass die irgendwas davon verstehen, äh, rede ich jetzt einfach mal ein bisschen luxemburgisch. Äh, äh, moi, mein Nummer ist Calvin, ich fremisch, hau, teig zu sehen. Und dann ist die geringe Pizza. Bruder, diese Sprache ist maximal cringe. Das ist geil. Das ist geil. Alles gut. Ich liebe die. Mach weiter so. Lass alle Antworten so machen. Mach nicht. Kannst du einen Dialekt? Nee, ich kann gar nicht. Nur ein Quatsch. Hä, warum? Hä, warum fahrst du das dann hier an? Ja, weil ich das interessant fand. Ich kann Schwäbisch schwätzen, wenn ihr wollt. Soll mal das ganze Video in Schwäbisch durchziehen? Na ja, mach schon Schwäbisch, was willst du machen? Musst du ja eh irgendwo hin. Den ganzen Tag bin ich ja auch schaffe. Und die Leckermäusche, die ist nicht da. Na ja. Ja, also ich habe klare Favoriten. Nur anhand des Dialekts. Aber wir können natürlich noch eine Frage hinterher schießen. Du musst dich nicht jetzt entscheiden. Oder willst du? Nein, ich mache noch eine Frage. Und zwar, ob ihr schon mal eine körperliche Auseinandersetzung hattet. Ein schwäbisches Arsch. Oh Gott, nein. Mann, dann kann ich kein Schwäbisch. Fuck ey. Und wenn ja, wie oft. Oh Gott, das will nicht. Und wieso? Ja, und sorry. Mann, das tut mir so leid. Ja, okay. Ja. Und? Achso, ob ihr schon mal eine hattet und wieso? Äh, Nummer eins. Ja, tatsächlich. Was? Einmal. Was passiert? Der Ex-Freund von meiner Ex-Freundin hat mich im Club angegriffen. Angegriffen? Ja, also ich war mit meiner Ex-Freundin feiern. Wir waren frisch zusammen. Und er war auch da. Und dann hat er mich irgendwann, er war sehr besoffen. Hat mich schon die ganze Zeit böse angeguckt. Aber ich habe mir nichts anmerken lassen. Und dann habe ich irgendwann von hinten, ja, so halb eine bekommen. Der hat mich nicht richtig getroffen. Und dann, ja, ging es ein bisschen rund. Krass. Okay. Nummer zwei. Bei mir auch ähnlich. Ich war auch frisch mit meiner damaligen Ex-Freundin zusammen. Was habt ihr für, also was haben eure Ex-Freunde denn für Ex-Freunde? Nee, das hat nichts mit meinem Ex-Freund zu tun, sondern gut. Ich war einfach im Club, ja, mäßig, sexuell belästigt, als ich trinken holen war. Ich hatte leider eine Sekunde, vielleicht zwei Sekunden nicht hingeguckt und hab das dann gesehen. Er hat mich dann auch gesehen, ist direkt auf mich zugekommen. Da hab ich ihm halt ein Ding gegeben. Und dann war die Sache aber schon ziemlich schnell vorbei. Einfach ein Brett und dann ist gut, ne? Ganz kurz, Disclaimer. Wir verharmlosen hier keine Gewalt und lasst das. Tut das nicht. Man kann auch alles mit Worten klären. So wie wir hier gerade auch mit Worten die große Liebe finden. Genau. Ne? Ja. Okay, Nummer drei. Ja, also ich hab in meiner Jugend sehr viel Kampfsport gemacht. Dementsprechend geht man da mit sehr viel Respekt um und geht jede Auseinandersetzung eigentlich aus dem Weg. Aber ich musste auch schon in Notwehr, ja, mich schlagen. Aber das war immer eher in Notwehr. Hast du auch wenigstens geschrieben? Ich schlag dich nur wegen Notwehr? Ne, ne. Hast du? Da wird dann auch nicht geredet. Achso, okay. Und was war die Situation? Also, ich glaub unterschiedlich, also. Achso, mehrere. Ich meine, leider ja. Beispielsweise wurde meine Ex-Freundin, beziehungsweise meine Ex-Freundin wurde auch einmal sexuell belästigt. Walla, 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 ich will nix zu was sagen, weil am Ende so. Oder was machen die denn immer mit ihrer Ex in Club bla bla bla? Und das ist so dieser perfekte Beweis oder dieses Zitat, was ich immer sage, grundsätzlich, wenn ich in einer Beziehung wäre, ich würde Sachen niemals verbieten. Mach, aber du musst immer bewusst sein, was du damit machst und was das so rückwirkend für Konsequenzen auf unsere Beziehung hat. Und es geht nicht um diesen Punkt, ich vertraue dir nicht, ich vertraue dir zu 100%, jetzt kommt aber das große Aber, ich vertraue den 99 Schwänzen in diesem Club nicht, weil die geben einen Fick auf mich, weil die sehen dich im Club und gehen davon aus, dass sie dich heute klären können. Denen ist scheißegal, ob ich zu Hause sitze oder noch irgendeiner zu Hause sitze, deswegen ist das ein großes Problem. So, versteht ihr, was ich meine? Unterschreibt jeder blind? Und da habe ich rot gesehen. Okay, okay, okay. Nummer 5? Ne, bei mir zum Glück noch nichts. Ich gehe auch gerne, ich bin auch so einer, der einfach sowas aus dem Weg geht, weil ich es auch einfach teilweise unnötig finde. Sag nochmal, damit ich meiner Freundin schicken kann. Oder wenn deiner Freundin das nicht bewusst ist, überdenke deine Beziehung eh von Anfang an. Mit den Mädels am Wochenende Spaß haben. Ja, ne, Spaß. Besten einfach immer Stress vermeiden, klar, hart auf hart würde man sich dann verteidigen, aber ich denke mal, das muss jetzt nicht sein. Nummer 6? Ja, ich kann mich da auf jeden Fall der Nummer 5 auch nur anschließen. Ich hatte noch keine körperlichen Auseinandersetzungen, versuche das meistens immer in Worte einfach zu lösen. Sehr gut. Ja. Das freut mich. Also 5 und 6, es freut mich, dass ihr so bis jetzt durchs Leben gekommen seid. Ja, was haben dir die Antworten gegeben? Wir haben drei Jungs, die auch zuhauen, wenn du angemacht wirst. Ja? Ja? Können wir ja gleich mal testen. Die kommen gleich oben den Vorhang und dann mache ich dich mal an. Und dann gucken wir mal, wie die reagieren. Schauen wir mal. Nee, also dadurch, dass die drei gesagt haben, dass das schon öfter vorgekommen ist, würde ich eigentlich sagen, dass ich das nicht so gut finde. Ist für dich eine Red Flag? Ja, irgendwo schon. Ja, also Nummer 3 sagst du? Nummer 3, komm gerne einmal zu uns nach vorne. Jo, sehr gerne. Hallo. 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 Alles gut? Flums up. Hallo. Hallo. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ey, Jo, stop stop. Ich küsse nicht einfach so. Aber sehr frische Jungs da hinten auf jeden Fall locker eine 10 von 10 dabei. Und dementsprechend, da ist noch ordentlich was für dich dabei. Korrekt. Danke dir fürs Mitmachen. Ich danke dir. Danke. Ciao. Runde 3. Okay, du darfst dich umdrehen. Okay. Wir sehen die. Wisst ihr, was mich auch voll stört? Runde 3. Okay. Das ist jetzt so voll übertrieben, aber ich mag es nicht, wenn Frauen ihr Handy am Arsch tragen. Weiß nicht warum. Ich mag das nicht so. Red Flag? Oder lass mich mit diesem Scheiß Red Flag und so in Ruhe. Du darfst dich umdrehen. Okay. Wir sehen die. Nein, Spaß. Die Hosen. Sorry, Jungs. Da war wieder einer drüber. Ja, wir sehen die Hosen. Wir sehen so ein bisschen auch die Pullis so, ne? Ein bisschen so die Styles. Aber du hast eh gesagt, juck dich nicht, oder? Nee, gefällt mir alles, was ich sehe. Echt? Ja, finde ich gut. Du bist echt, also dich braucht man gar nicht überzeugen, so ne? Weiß man, wer ihr Ex-Freund ist? Elders. Man, Chat, Bruder, ich lese. Muss die Elders und so. Kann man, wenn jetzt einer hier mit Skinny-Jeans wäre? Findest du schlimm? Äh, es kommt drauf an. Ich habe selber Skinny-Jeans. Ja, aber, ja, ist ja nochmal was anderes bei Jungs und Mädels, finde ich. Skinny-Jeans bei Jungs ist schon ein Style, so. Diese, ich spiele in einer Band, gern Gitarre. Du hast uns noch mehr Fragen mitgebracht. Genau. Oder wartet mal. Jungs, zeig mal eure Hände. Frauen mögen Hände. Guck mal, hier. Boah, das für ein riesiges Ding. Digger, wie geil sieht Silvi da oben links aus. Jetzt mal real talk. Ich sehe das jedes Mal, wenn sie da vorkommt und mich begrüßt. Ding, Digger, was ist das denn? Geisteskrank. Boah, diese Adern drauf und so. Stehst du auf so Adern, wenn man das sieht? Hm. Juckt dich nicht? Nee. Hä? Hast du, hast du, äh, Dings? Ich habe nicht diesen typischen Type, weißt du? Aber was tönt sich an deinem Typ an? Wenn ich mit ihm lachen kann, finde ich, wie ich... Wir gehen davon aus, wir wären zusammen. Ich würde auf einen Mädelsabend gehen, in den Club. Und du dürftest entscheiden, was ich anziehe. Was würde ich anhaben? Bruder, eine Winterjacke. Ne, ne Camouflagehose. Dazu so Stiefel. Und ne Helm und ne Maske, Bruder. Moment, so. Ich liebe sowas, ne? Ich bin auch so jemand, ich würde auch für meine Freundin bestellen. Ja? So shoppen, ja. So, aber 90% wäre dann eh Trash, weil alles zu... Man kann das Wort ja nicht sagen. Ja, wie würdet ihr eure Frau... Was, was? Das ist ihr Ex. Oh mein Gott, was habe ich für Stalker-Mods. Ja, Bruder, also. Einkleiden, wenn es wirklich komplett nach eurem Geschmack geht. Nummer 1. Also, wenn sie sowieso schon in den Club geht, dann ist es eigentlich egal. Ich würde aber eher sagen, es ist classy, sexy. Wenn sie sich sexy anziehen möchte und nicht dieses slut-sexy. Also, es kann freizügig sein. Weil, wie gesagt, wenn sie sowieso in den Club geht, dann kann sie auch anziehen, was sie möchte. Du sagst die ganze Zeit sowieso in den Club? Sehr schön, sehr schön. Am besten gibst du ihr auch noch Kondome mit, weil dann geht sie nicht fremd. Warum sagt sie, sie soll Auge zu machen, dann weiß sie nicht, von wer sie gefickt ist. Alter, alter, alter. Warum sagst du sowieso? Oder was? Ja, also ich finde, wenn man schon länger in einer Beziehung ist, dann... Ja, man kann schon mit seinen Mädels rausgehen. Man sollte das aber mit dem Feiern gehen nicht zur Routine machen. Aber wenn da mal, sag ich mal, mein Geburtstag dabei ist oder so und... Höre ich raus, dass du keinen Bock hast, dass deine Frau feiern gehen soll. Das habe ich nicht gesagt. Aber man hört es raus. Vielleicht würde ich da sogar selber feiern gehen. Aber wenn es zur Routine wird, dann hätte ich da ein Problem mit. Okay, aber Geburtstag ist ein Greenland. Nein, muss nicht unbedingt ein Geburtstag sein. Aber wenn es halt ein besonderer Anlass ist oder so, dann habe ich damit gar kein Problem. Mich fuckt das so ab mit diesem... So, ey, mich fuckt das voll ab. Man darf nicht mal mehr sagen, ja, ich will nicht, dass meine Freundin feiern geht. Das ist ja mein gutes Recht, dass ich das nicht möchte. Aber ich verbiete ihr es nicht. Sie kann machen und tun, was sie will. Sie ist ein eigenständiger Mensch. Sie ist eine erwachsene Frau. Mach das, was du für richtig hältst. Aber ich muss ja nicht Amen, B und sagen, oh mein Gott, ja, meine Freundin geht feiern. Nein, ich bin kein Fan davon. Warum ich kein Fan davon bin, gibt es zig Argumente. Zig Argumente gibt es da. Aber trotzdem akzeptiere ich es, wenn du dich am Ende dagegen entscheidest. Was dann das Endresultat oder die Konsequenzen aus diesem Ganzen ist, das muss man auch für sich selber beantworten. Aber immer dieses, man darf das und das nicht sagen. Sehe, den TikTok-Clip schon kommen? Ja, Bruder, dann soll da ein TikTok-Clip kommen. Ich habe ja nichts Verwerfliches gesagt. Es gibt ja Jungs, die sagen, das Mädchen darf nicht feiern, aber Jungs darf. Ja, Bruder, auch kompletter Quatsch. Du kannst nicht A fordern und B machen. Es beruht auf Gegenseitigkeit, Verzicht, Akzeptanz und Verständnis. Das ist auch ein hoher Punkt, der extrem wichtig ist. Das heißt nicht, dass es im Umkehrschluss so ist, sie darf nicht, aber ich darf. Vollkommener Quatsch. Oder? Ich habe doch, habe ich jetzt irgendwas Schlimmes gesagt? Dass irgendeine Gemeinde mich angreifen kann? Nein, ne? Hallo, Willi. Nee, ne? Okay. Wenn sie wirklich schon mal zu mir kommt, ja, wir wollten halt mit dem Mädels mal feiern gehen, dann habe ich damit auf gar keinen Fall ein Problem. Heißt, dann hat man die Erlaubnis. Genau, genau. Okay, Nummer zwei. Ich bin schon dafür, dass sie hohe Schuhe anziehen kann, offene Schuhe, ein schönes Kleid anziehen kann. Ja, Bruder, am Ende habe ich irgendeine barfüßige Freiheitskämpferin vor mir, die mir irgendwie sagt, ja, ich, 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 ich lasse den Frauen ihre Stimme nicht hören. Und ich denke mir so, hä, stimmt doch. Schön, Mantel drüber, eine Handtasche. Nice, nice. Okay, da, guck mal, wir werden schon genauer. Sehr gut. Okay, Nummer fünf. Also grundsätzlich soll sie auf jeden Fall auch das anziehen, wo sie sich mit am Wulzen fühlt. Und ich gehe da auch mit der Nummer zwei da auch mit. Ich würde es aufheilen, wenn sie einfach ein schönes Kleid anhat. Hohe Schuhe können es sein, können normale Schuhe sein. Hauptsache des Ausführts ist fresh. Okay, Nummer sechs. Wenn ich was auswählen würde, dann finde ich das immer extrem cool, wenn man so ein bisschen lässig ist auf so ganz simpel weißes T-Shirt, vielleicht Lederjacke, normale schwarze Jeans, vielleicht sogar Sneaker. Der hat einfach sein Style beschrieben. So was bisschen lässigeres. Ja. Finde ich bezüglich ein bisschen cooler, aber kommt natürlich auch drauf an, wo man hingeht. Vielleicht dann auch vielleicht ein Kleid oder genau. Ich sage ehrlich, ich habe meine Ex-Freundin im Club kennengelernt und die hatte eine Schlaghose an. Jetzt die Frage, woran hat es hier liegen, ne? Und zwar, wie viele One-Night-Stands hattet ihr schon? Geile Frage, tolle Frage. Das ist ja tatsächlich nicht Bodycount, weil Bodycount zählen ja auch Beziehungen dazu. Es geht wirklich nur um One-Night-Stands. Ja, so kannte man nicht, ne? Also rechnet eure Beziehungen raus. So mäßig diese schnelle Welle. Seht euch im Club und dann... Rein, raus. Wieder rein. Okay, Nummer sechs. Also ich bin generell eher Beziehungsmensch. Das heißt, ich hatte noch nicht so viele One-Night-Stands. Klar waren die ein oder anderen Erfahrungen dabei, aber jetzt nicht so viele. Was würdest du schätzen, so fünf? Sechs? Ja, sogar weniger. Drei? Ja, so zwei, drei Stück. Okay, Nummer fünf. So viele? Ja, also ich glaube... Die Lache war so dreckig, Bro. Nein, nein. Ich will jetzt keine fünfstellige Zahl kommen. Ich muss gerade nicht daran denken, dass das ja vielleicht auch meine Eltern sehen könnten, ne? Nein, nein. Die habe ich tatsächlich... Für dieses Video habe ich deine Eltern gesperrt. Ja, dann perfekt. Dann kann ich es ja sagen. Hau raus, lass alles raus. Nein, ich war... Also das waren tatsächlich... War das... Müsste das nur eine gewesen sein. Einmal. Bruder, warum hast du gerade diese Diskussion gemacht mit Eltern? Wegen einer Person? Ah ja. Das ist halt trotzdem... Trotzdem One-Night-Stand, ne? Gucken wir mal kurz in... Junge, was denken deine Eltern, was du machst, wenn du rausgehst? Blumen pflücken und Steine sammeln? Bruder, du bist 22. Ja, was denkt der, wie der Heim kommt mit einem Beutel Steine und die dann oben sortiert nach Farben? In die Augen. Ich will sehen, ob du lügst. Ich kann sowas sehen. Maximal zwei. Ja, ich wollte wieder bei Mediamarkt FIFA spielen an der Playstation. Oh, cool, Lukas. Vielleicht Muslim, Bruder, komm mir jetzt nicht mit Religion. Astavallah. Wirklich, dass du dich nicht schämst. Ja, guck. Mit einem Blick habe ich noch eine rausgeholt. Nein, aber... Das ist krank. Aber ich glaube... Lass nochmal kurz gucken. Waren es drei, Bro? Nein, nein. Okay, also es waren eins oder zwei. Oder zwei, okay. Nummer zwei? Ja, also ich muss jetzt hier nicht rumlügen oder so. Ich bin oft raus. Ich habe gerne Kontakt mit Frauen, wenn ich nicht in einer Beziehung bin. In dem Sinne, ich würde jetzt mal so sagen, über zehn, 15. Die du davor nicht kanntest. Du bist an dem Abend, du hast sie gesehen und bist mit denen nach Hause. Nee, meistens hat man halt immer sich vor Ort getroffen, aber vorher schon geschrieben gehabt. Diese Insta-DLMs und so, kennst du? Nummer eins? Nummer sechs. Nummer eins, sechs. Guck mal, nicht groß reden, nicht diese Eltern, Familie und so. Einfach nur zahl sechs. So, du? Gar keinen? Gar keinen Einzelnen. Nein. Gar keinen Einzelnen. Gar keinen Einzelnen. Nummer eins. Cap oder nicht Cap? Ist nicht jeder wie wir lieb. Bruder, was weißt du über mich? Sag mir eine, eine Dame, wo ich mich hier in den Stream gesetzt habe und gesagt habe, die fick ich. Oder die habe ich gefickt. Oder die habe ich nicht gefickt. Gab es noch nie. Ich kenne viele. Ich pflege einen guten Kontakt, aber mehr gibt es dazu auch nicht. Kontaktpflege. Nee, bist jung, Frau. Das ist schon wieder übertrieben. Ich weiß nicht, ob ich es bei der Cap sagen würde. Kann ich, haben wir ihr Instagram? Ist diese U-Bahn-Station Nürnberg? Was ist das denn? Digga, ist das Nürnberg? Ich finde sie, auf Bildern finde ich sie, darf man das sagen, schöner? Die hat in Karolzburg eine Eiswege. Sie gibt mir so, weil, ich glaube, das ist kein Cap, weil sie gibt mir so ein bisschen so, so Vibes. Also ich würde dir das schon abkaufen. So ein bisschen Dorfkind-Vibes, was ja nicht negativ ist. Obwohl Dorfkind-Vibes halt nicht heißt, dass die gleich, die kann ja auch die Dorfmatratze sein. Ja, stark. Und dein Bodycount so? Erzähl mal. Hä? Hä? Was? Wie? Ich weiß nicht, was du wolltest. Ach so? Also ich habe ja nur noch, also eigentlich habe ich halt nur nach dem Bodycount gefragt. Ja. Willst du nicht beantworten? Nein. Ah, okay. Das war Cap. Cap. Die hatte ich schon 100% Nürnbergsdent. An die Antworten? Ja. Vermischt mit den anderen. Was würdest du sagen? Hast du eine Tendenz? Ja, also ich fand die Antwort eins nicht so cool, dass man so mäßig sich die, also bei der eins die erste Antwort, ne, mit diesem Mädelsabend, dass man sich so irgendwo die Erlaubnis abholen sollte. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich kam schon mal aus so einer Beziehung und das fand ich eigentlich nicht so cool, weil ich will schon noch meinen eigenen... Hat der Erlaubnis gesagt? Hallo, Willi. Wer ist eins? Okay. Nummer zwei? Ja, also ich muss jetzt hier nicht rumlügen oder so. Ich bin oft raus. Ich habe gerne Kontakt mit Frauen, wenn ich nicht in einer Beziehung bin. In dem Sinne. Hat er oder er hat, ich weiß gar nicht. Aber vorher schon geschrieben gehabt. Einzelnen. Gar gefragt. Anderen. Dass man so mäßig sich die, also bei der eins die erste Antwort, ne, mit diesem Mädelsabend, dass man sich so irgendwo die Erlaubnis abholen sollte. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich kam schon mal aus so einer Beziehung und das fand ich eigentlich nicht so cool, weil ich will schon noch mein eigenes Ding machen können. Klar, man geht nicht jedes Wochenende feiern, aber ich weiß nicht, so mit Erlaubnis, das ist, ich weiß nicht, fand ich nicht so cool. Es geht ab. Hallo. Alles klar. Nick, was geht? Nick Aachen. Hallo. Woher kommst du? Du bist voll am Strahlen, seitdem du ihn siehst. Ich weiß nicht, warum die Stimmung auf einmal besser geworden ist hier drin. Es wird warm hier gerade. Ich werde roh. Ich spüre eine Energie. Warte mal kurz. Nein, jetzt reicht. Fühlst du den Hals? Ja, sei ehrlich. Ich habe dir am Anfang gesagt, hier ist man ehrlich. Süß. Das ist so Quatsch. Du bist so, also du bist, du bist gerade richtig am Blöffen. Das fackt mich gerade ab. Wieso? Ja, weil ich weiß, dass du ehrlich sein kannst. Ich kenne dich schon länger. Süß reicht mir schon. Süß reicht dir? Oder wirst du gerne süß genannt? Dann werde ich sowieso gefühlt jeden Tag. Ja, klar. Machst du auch. Ja, jeden Tag. Ja, wie findest du sie, Bruder? Ist sie dein Type? Gar nicht. Echt? Also, ich habe auch keinen Type, aber so direkt so auf der ersten Minute würde ich sein. Ist sie dein Type? Oh. Hallo, Willi. Jetzt kommt das große Aber. Ehrlich. Nein, aber ich habe keinen Type. Ja, du weißt, wie ich das meine. Ja, sie ist nicht dein Fall. Energie ist nicht da. Okay. Ja, schade. Wenn du Frauen datest, guckst du dann drauf, dass... Merk ein bisschen salzige Stimmung da drüben. Sie nicht zu klein? Ja, passt, ne? Ist sie dein Type? Nein, aber ich habe keinen Type. Ja, du weißt ja, wie ich das meine. Ja, sie ist nicht dein Fall. Energie ist nicht da. Okay. Ja, schade. Wenn du Frauen datest, guckst du dann drauf, dass sie nicht zu klein sind? Und ich stehe sowieso auf kleinere Frauen. Ach echt? Also so um den 1,60 drehen. Ja, Bruder, wenn deine Frau so groß ist wie du am Ende, ist sie Innenverteidiger bei Bayern. Ja, Bruder, spielen in der NBA? Falsch sowieso. Funktioniert 69 dann? Das funktioniert. Kriegt man alles hin. Legitime Frage, ich sage ehrlich, funktioniert? Kriegt man alles hin. Okay, ja gut, Bruder. Man muss nur biegen und rechnen, ne? Nein, nicht so schlimm. Okay, danke dir für's mitmachen, Bro. Ich hab's dir, danke. Ciao, ciao. Habe ich dich in eine blöde Situation gebracht? Nein, alles gut. Okay, gut. Du kannst damit umgehen, ich weiß das. Ich weiß nicht, warum du gerade so verschlossen bist. Du bist gerade so hinter verschlossenem Team. Ich war eigentlich nicht mehr vor der Kamera. Wenn man deine alten Reels sieht, ne? Die holen wir nicht mehr hoch. Nee, die holen wir nicht mehr hoch. Wir können aber 1, 2, 3, 1, Prime. Nein. Natürlich. Nein, das bin nicht mehr ich, weißt du, das war vor Jahren. Okay, wir zeigen euch kurz, wie sie vor Jahren mal war. Pass auf, steck ihn doch nicht ganz rein, sonst ist er weg. Was? Was? Sag happiness ohne das Hab... P***s. So, und wenn wir über die reden, so, ne? Ja, safe noch nie One Night Stand. Nein. Nein, schöne Night. Ja, dann frage ich mich, wo ist diese Lea gerade? Tja, die gab es noch nie eigentlich, vielleicht. War das nur Schauspielerei? Ne, in dem Moment fand ich es halt witzig. Okay. Runde 4. Und du darfst dich umdrehen. Wir sehen die kompletten Outfits. Und jetzt, ich will gar nichts hören. Sag mir nur ganz offen und ehrlich, welches Outfit gefällt dir am meisten gerade? Ohne rausreden, nur sag einfach jetzt halt. Ich mag Farbe. Nummer 2. Da geht es nur um die Farben? Oder schon auch um den Style? Ach so, mit dem Jeans zusammen, mit dem T-Shirt, was raus schaut, finde ich cool. Okay, geil. Ähm, was sagst du zu Nummer 5? Tattoos haben wir da am Start. Was steht hier? Oh, der sieht aus wie ein Barkeeper, der so richtig kranke Cocktails machen kann und die dir so hochwirft und so mit diesem schwarzen Hemd und so. Hier drauf. Gards Plan. Was steht hinten auf deinem Arm? Trust No One. Trust No One. Und dann würdest du einer Frau vertrauen, die dir Red Bull-Eis macht? Ja, natürlich. Den richtigen Leuten vertraue ich natürlich schon. Okay. Äh, Nummer 6 hat diese, hier, College-Jacken, chillige, der hat immer noch Adern auf den Händen, aber juckt dich nicht. Bist du happy? Ja. Gut. Dann schieß los mit deinen Fragen. Welcher Anmachspruch zieht immer und mit welchem Spruch würdet ihr mich anmachen? Oh, geile Frage. Soll es laufen, Digga. Hey, ich bin Zauberer, soll ich dir mal einen Trick zeigen? Nein. Dann ist der Anmachspruch schon zu Ende. Wenn sie ja sagt, sagst du, ich nehme dich jetzt mit zu Hause, wir ficken und dann lasse ich dich verschwinden. Nee, und dann haust du wieder ab. 100%. 100%. Und dann wird geghostet. Na? Schnitte? Schon billig? Äh, ja, Nummer 2. Wenn ich jetzt die Frage davor aufnehme, würde ich sagen, bist du eine Praline oder hast du Bock auf eine Füllung? Ja, geil. Füllung. Was für eine Füllung? Naja, weiß schon, Sperma. Und wie gefällt dir der Spruch? Ja, ist witzig. Ja? Ja. Was ist denn daran witzig, Digga? Was ist denn daran witzig? Was ist denn daran witzig, Bruder? Ich schwöre es euch, Anmachsprüche sind der größte Mythos. Nummer 5. Äh, ich würde mal so spontan rausfahren. Wenn du in die Stadt bist, dann wärst du meins. Darüber habe ich mal ein Video gemacht. Nummer 6. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so einen Anmachspruch benutzt. Weil man die irgendwie immer... Ich distanziere mich zu 100% von diesem Anmachspruch. Aber es gibt doch auch so die Typen, die sagen, zeigt Schlitz. So, Roat. Wenn man schon irgendwo gehört hat. Und ich bin jemand, der ganz normal einfach hingeht. Und dann die Frau einfach so anspricht. Wie machst du das dann? Also sagen wir jetzt mal... Ja, ja, sprich sie an. Sie steht vor dir. Und los. Hi, mein Name ist Kevin. Ich habe dich jetzt gerade eben gesehen. Ich finde dein Outfit ganz schön. Hast du vielleicht Bock mal irgendwann irgendwas zu trinken zu gehen? Oder hast du gerade irgendwas zu tun? Ja, aber im Normalfall antworte ich auf sowas immer nicht. Ich habe keine Zeit. Warum? Weiß nicht, aufs Prinzip einfach. Sehr geil. So, geil. So ticken Frauen, Jungs. So ticken Frauen. Die lügen euch einfach an. Nummer 5 will nach Mainz. Und Nummer 2 gibt dir die Füllung, die du vielleicht am Ende des Tages brauchst. Das wissen wir halt nicht so, ne? Sollen wir noch was hinterherhauen? Ich habe was, was ich toll fände natürlich. Ja. Könnt ihr was hier? Nummer 2? Ja. Nummer 5? Ja. Nummer 6? Ja. Okay, dann zeig mal. Ganz einfach. Mach mal ganz einfaches, einfache Kiste. Stell dich mal vor, die Nummer 2. Jetzt bin ich sehr gespannt, was hier für Taktiken ausgepackt werden. Vielleicht lernt es irgendwas. Das geht nur um die Schultern, ne? Das musst du sie fragen. Hm? Gefällt? Ja. Ihr sagt Stopp, ne? Ne, ne, das ist gerade alles ganz super. Fünf Minuten. Ich mag das. Ich fühle mich gerade als 8. Kann man schon wieder nicht sagen. Schade. Kannst du massieren? Ja, aber nur thailändisch. Ja, okay. Das gefällt mir schon mal gut. Ja? Okay. Dann gehen wir mal zu Nummer 5. Verlangt sie auch noch. Ach, schmisch. Ja. Ja. No cap. Kein Mann. Also sie hatte 100% schon ein Ding. One-Eyed-Sand. Das ist aber auch echt eine schlau gestellte Frage. Wie mit dem Massieren? Also free Massage? Ja, ja, oder normal. Hab ich mir Geld gespart? Ich sag dir ehrlich, in Nummer 5 sehe ich nicht so viele Bewegungen. Ich muss mal... Ich muss ja noch erstmal... Ich weiß noch gar nicht, ob sie sanfte Massagen mag oder ein bisschen härtere. Kommt da auch nochmal drauf an. Das fühlt sich so falsch an, da zuzugucken irgendwie. Okay, gut. Dankeschön. Ja, ich bin gespannt auf dein Feedback. Rate mal out of 10 alle nacheinander. Aber ehrlich, du kannst wirklich ehrlich sein. Platz 1, die 2. Da würde ich sagen, so 9. Die Bewegung fand ich gut. Danach würde ich sagen, Platz 2 wäre die 6. Und dann... Wenn ich seit 7 Monaten singe, wie oft wurde die denn massiert, dass die so ein krankes Ranking von sich geben kann? Ach so, nein. Aber irgendwie weiß ich nicht. Platz 3 wäre dann die 5. Soll ich jetzt zeigen? Nein, passt schon. Doch, doch, ich muss zeigen. Warum? Kein Traum. Okay. So, weißt du? Kennst du? Das wäre aber witzig gewesen. Nein, also die Nummer 2 hat dich am meisten überzeugt. 5 und 6 nicht. 5 würde aber mit dir nach Mainz. 6 würde dich normal ansprechen. Wen willst du kicken? Nummer 2 habe ich rausgehört. Bleib drin, ne? Ja. Okay. Nummer 5 oder 6? Äh, 6 bleibt drin. Okay, Nummer 5. Komm gerne einmal zu uns nach vorne. Alles gut? Hallo, selbst. Alles super. Hallo. Hi. Was geht, Bre? Alles gut? Ja. Und bei euch, bei dir? Alles super. Ich war vorhin richtig nervös, aber jetzt geht's. Ich spüre Bugkeeper-Vibes. Ist der Traum? Nein, der ist einfach nur Halb-Chat, Digga. Ich denke mal so, ging es für uns allen. Er hat mich auf jeden Fall gefreut, dabei gewesen zu sein. Ey, gleichfalls. Ich habe mich gefreut, dich kennenzulernen, Bruder. Ebenfalls. Und da sind noch zwei gute Kandidaten dabei. Ja, was haben die denn vor der Show gemacht, dass die sich gegenseitig die ganze Zeit pushen, Digga? Waren die zusammen im Gym? Mach's gut, gell. Ciao, ciao. Sehr sympathischer Typ. Das Finale. Äh, ja. Finale. Okay, warum seid ihr Single? Und seid ihr schon mal fremdgegangen? Wir brauchen auch ein bisschen Spice hier. Nummer zwei. Ähm, fremdgegangen bin ich noch nicht. Aber tatsächlich lag es daran, dass mir meine Ex-Freundin leider nicht so vertraut hat, wie sie hätte sollen können. Mhm. Also die hat einfach, äh... Hat er gesagt, es lag leider daran. Das heißt doch so, der hat eigentlich Bock gehabt, aber die Alte hat nicht ganz mitgespielt. Äh, oder bin ich blöd? Oder bin ich... Oder? Wenn du draußen warst, die ganze Zeit wissen wollen, wo du bist, mit wem du bist und so weiter. So, Kontrollzwang. Meine, die hatte meinen Standort, die wusste, mit wem ich unterwegs war und trotzdem ist sie mir hinterhergefahren. Und das zeigt mir halt einfach, dass sie mir nicht das Vertrauen gegenüber gebracht hat, was ich ihr gegenübergebracht habe. Ja, und ohne Vertrauen keine Beziehung. Ja, eben. Nummer sechs. Also ich bin auch noch nie fremdgegangen. Ähm, allerdings ist meine letzte Beziehung gescheitert, weil meine Ex-Freundin mir fremdgegangen ist. Boah. Und seitdem habe ich auch, ähm, relativ viele Vertrauensprobleme. Ich schwöre es, ich schwöre es mir. Wenn mir eine Frau fremdgeht, Bruder Chalas, sag einfach, du liebst dich nicht mehr. Hallo Willi. Aber das ist meistens so, bei einer Frau, wenn eine Frau schließt nicht, schließt nicht so von heute auf morgen mit dir ab oder macht nicht von heute auf morgen mit dir Schluss, sondern wenn sie mit dir Schluss macht, hat sie sich schon die letzten zwei Monate nicht geliebt, beziehungsweise hat sie sich schon mit den Gedanken beschäftigt. Da ich ein sehr emotionaler Mensch bin und sensibel, ähm, habe ich da erstmal meine Zeit für mich gebraucht. Okay, muss ich jetzt daran entscheiden oder stelle ich noch eine Frage dann? Hm, ich würde sagen, du machst einfach Augen zu. Die machen Augen zu. Ja. Und dann gibst du beiden einen kurzen... Habt ihr irgendwelche Fetische, habt ihr irgendwas, was euch besonders gut gefällt? Nummer 6. Ich liebe diese dominante Seite, das heißt, ich bin auch gern offen für alles Neue, gern, wenn es auch irgendwie um Fesselspielchen oder sonst irgendwas geht. Mhm. Nummer 2. Ähm, ich liebe alles an Frauen tatsächlich nicht, aber man würde mir, glaube ich, nachsagen, dass ich auf Füße stehe. Mhm, okay. Ähm, würdest du... Kollege würde nachsagen, ne? Nicht er, sondern man würde... Beispielsweise bei einer Frau, wenn du so Gummibärchen zwischen die Zehen steckst, würdest du die dann, ähm, wegessen, wie dieser eine, der da bei Temptation Island das gemacht hat, bei der einen Kandidatin, würdest du das machen? Also das fand ich schon übertrieben witzig, aber ich glaube, das würde ich auch machen, ja, safe. Hast du das gesehen bei Temptation Island? Oh, Bruder, ich finde Füße so brutal eckehaft, wenn ich überlege, dass mir, also jetzt so, äh, aus Joke, wenn mir jemand an die Füße geht, dann sage ich halt so, so, ja, mein Beileid, ne? Bruder, dann ist die da in ihren Käsesocken drin, dann schwitzen die Dinger, dann läuft die am besten noch einen halben Tag barfuß und so, boah, ist gar nicht meins. Und dieses 0815 weiß lackierte Fußmägel, boah, bruder, nein, wie kann die geilste Person sein, wenn die da mir 10 Kilometer macht in ihren Socken und Schuhe, bläh? Schade. Schade, das wäre witzig jetzt. Ja. Äh, äh... Habt ihr Gummibärchen? Äh, 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 gab's da irgendwas, wo du sagst, würdest du, wärst du nicht dabei, würdest du gar nicht spülen? Mäßig? Dürfte, dürfte der Typ deine Füße in den Mund nehmen? Jetzt mal auf ernst? Und diese... Ich weiß nicht, in dem Affekt, wenn das passieren würde, wird, keine Ahnung, ist noch nicht passiert. Kann sein, ist nice, ne? Könnte sein, weiß man nicht. Und diese Fesselspielchen und so? Soll ich euch mal sagen, was OP ist und das kommt nicht von mir? Wenn man sich das Hintertor lecken lässt. Die Garage. Wisst ihr? Ne, kommt nicht von mir. Ja, natürlich nicht, sonst hätte ich ja gesagt, kommt von mir. Ja, also Real Talk soll richtig crazy sein. Ist scheiße, ne, wenn ein Kollege feiert und ich dann seine Story weitergebe, ne? Von Roat. Wenn du danach, maybe, nach der Runde, ich glaube, danach noch eine Runde, dann könnten wir... Äh, son. Von Roat, Roat, der Devil. Rojo, Rojo. Gut, kann sein. Noch nie gemacht? Doch. Und? War nicht cool? Habe ich nicht gesagt. Ja, aber du hast gesagt, kann sein. Ja, weil ich es voll intim finde, darüber zu sprechen. Ach so. Juli Gogen. Jetzt Kombination von den Antworten und den Outfits. Und Outfit und alles, was es bis jetzt gab. Die Eissorten kannst du wieder mit reinmischen. Den Rap kannst du mit reinmischen. Der wird einfach irgendwann erfolgreich. Checkst du das? Ja, finde ich cool. Der wird einfach Rapper. Und er hat halt immer noch seinen blauen Pulli an. Ich weiß, das ist mir schon im Augenblick überlegen. Ja, also das Outfit 2 gefällt mir auf jeden Fall besser. Wir haben A. Ah, ich bin jetzt total oberflächlich eigentlich. Wir sind hier, das ist, alle wissen es, sogar die Zuschauer wissen es. Jeder weiß, das ist ein oberflächliches Format. Es gibt ganz selten Leute, die kommen und sagen, ihr voll oberflächlich. Aber, äh, ich, also, jeder erwartet das. Okay, also, dann würde ich mich für die zwei entscheiden. Dann darf die Nummer sechs erst mal zu uns nach vorne kommen. Was läuft, was läuft, was läuft, mein Rapper. Hi. Alles gut, danke. Wie läuft Leben? Alles perfekt. Willst du Spotify-Namen raushauen? Ja, einfach auf Brebo eingeben auf YouTube, da findet ihr die ganzen Songs. B-R-E-B-O. Ach, das war der Entschuld. Danke, Bruder. Danke dir. Danke für die Einladung. Dein Spotify ist eingeblendet, ne? Dankeschön, vielen Dank. Danke. Viel Spaß noch. Danke dir, ciao. Ja, soll ich euch allein lassen? Besser? Nein. Warum nicht? Der kann nicht händeln, vertrau mir. Das ist eine schichtelle Maus. Ich kenne ihn. Cool, danke. Gehe ich hinter den Vorhang oder kommt er vor? Du, du bist Chef. Ich bin nicht mehr da. Nein. Okay, du kannst rauskommen. Hallo. Hi. Freut mich, dich kennenzulernen. Und du bist auf dem Flamingo? Ja, tatsächlich die letzten Wochen schon sehr häufig. Ja, aber ich glaube, wir haben uns noch nicht gesehen, oder? Ich bin öfter mittwochs da. Ich bin nicht mehr so oft gewesen. Und sonst, wie kommt es, dass du hier mitmachst? Ja, weil ich Single bin. Und ich bin ja auch da so. Der Arme, ja. Sag doch einfach, dass du keinen Bock hast. Eigentlich immer. Hast du überhaupt gesagt, wie alt du bist? Ich bin 22. Ach, krass. Okay, 22. Wie alt wärst du nochmal genau? 23. 23. Und sonst, kennt man dich irgendwoher? Alter, was seh ich denn hier gerade, Digga? Das fuckt mich ja ab, das Gespräch. Verpisst euch jetzt, verpisst euch mal beide aus der Kamera. Ja, ich mach das. Ja, Junge, nerven dich für euch schon, natürlich. Vom Ding her, am Ende des Tages, was du nicht weißt, was wir wussten, Ja. Er ist der Typ, der bei Temptation Island das gemacht hat. Echt? Mit den Füßen. Ja, das war der Witz. Ach so, das war der Witz. Da wollte ich dich kurz einweilen. Ich hab's nicht getrackt. Damit du jetzt nicht hier zwischen den Seilen hängst. Okay. Wie findest du ihn? Hast du erwartet, dass... Was ein Semmel. Was ein Semmel, ja. Dass er so hot ist. Ja, schöne Augen hast du. Auf jeden Fall. Was? Dann machen wir mal andersrum. Wie findest du sie? Also ich find sie sehr sympathisch. Also sie ist so ein... Das hab ich auch schon anhand von den Fragen, die sie dir gestellt hat, direkt erkannt, dass sie halt einfach ein ruhiges, zurückhaltendes und süßes, schüchternes Mädchen ist. Aber sie hat sich schon mal fesseln lassen, ne? Vergiss das nicht. Bitte? Sie hat sich mal fesseln lassen. Ich wollte es nur noch mal kurz... Man sagt ja nicht, ohne Stille, was ist ein Typ. Ja, ja, ja. Ich bin gar nicht so schüchtern. Okay, wenn man mich kennt, dann bin ich nicht schüchtern. Du bist überhaupt nicht schüchtern. Du bist eigentlich überhaupt nicht schüchtern. Deshalb schieße ich die ganze Zeit so gegen dich. Leute, das war's mit dem Video. Was aus den beiden wird, werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Außer, ihr macht jetzt... Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Checkt die... Checkt die Videobeschreibung raus. Dort findet ihr alle Kandidaten verlinkt. Falls ihr irgendjemanden cute fandet oder mit irgendjemand befreundet sein wollt, dann versucht's. Versucht's. Schreibt denen auf Insta. Lea ist natürlich auch unten verlinkt. Wäre sie was für dich? Bevor ich's vergesse... Ich hab's fast vergessen. Ich hab' einen zweiten YouTube-Kanal. Dort kommt tägliche First-Dates-Reactions. Super witzig. Check's gerne mal aus. Der Link ist auch... Ich muss tatsächlich sagen, ich bin ehrlich. Ich find, sie ist ein süßes, liebes Mädchen. Und ich find, sie hat auch ein wirklich... Ein wirklich... Ähm... Schönes Gesicht. Aber rein... So... Oberflächlich gesehen... Das ganze Paket wär' jetzt nix für mich. Auch die Musik. Ich muss sie... An andere Musik.